Wir sind das Transportunternehmen Vichyunai. Die Vichyunai-Gruppe ist einer der größten Produzenten von Surimi und Fischprodukten. Mit knapp 100 eigenen Fahrzeugen transportieren wir unsere Produkte rund um die Uhr in ganz Europa. Eine der täglichen Herausforderungen unseres Teams ist es, Leerfahrten zu vermeiden. Nach dem Entladen müssen wir schnell Rückfrachten finden, andernfalls wäre dies eine unnötige Ressourcenverschwendung und ineffizienter Spritverbrauch. Frachtlogistik heißt hohe Umsätze und hohe Verantwortung. Wir können uns bei der Wahl unserer Geschäftspartner also kein Risiko erlauben. Deswegen ist es für uns wichtig, schnell und sicher Transportaufträge abzuwickeln. Auf diesem Gebiet ist TimoCom unschlagbar. Nach acht Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit haben wir keinen Zweifel daran, dass TC Truck & Cargo einfach die größte Frachtenbörse in Europa ist. Allein durch die hohe Angebotszahl finden wir hier immer sofort die passenden Frachten für unsere Fahrzeuge. Wir freuen uns darüber, dass TimoCom Stabilität und neue technologische Trends miteinander vereint. Dank des neuen mobilen Zugangs für Smartphones und Tablets können wir bei Bedarf von überall Frachten suchen. Das Tor zur größten Frachtenbörse Europas passt jetzt sogar in die Hosentasche. Und so können sich unsere Mitarbeiter auch mal einen Moment Ruhe und Entspannung gönnen, anstatt irgendwo mit dem Lkw im Ausland stillzustehen oder Überstunden im Büro zu machen.